Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verweisen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verweist. Verwies. Hat verwiesen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verweise. Du verweist. Er verweist. Wir verweisen. Ihr verweist. Sie verweisen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verwies. Du verwiesest. Er verwies. Wir verwiesen. Ihr verwieset. Sie verwiesen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verwiesen. Du hast verwiesen. Er hat verwiesen. Wir haben verwiesen. Ihr habt verwiesen. Sie haben verwiesen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verwiesen. Ich verwiesen. Du verweisest. Er verwiesen. Wir verwiesen. Ihr verweiset. Sie verweisen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verwiesen. Ich verwiese. Du verwiesest. Er verwiese. Wir verwiesen. Ihr verwieset. Sie verwiesen. Den Schluss macht der Imperativ. Verweise du. Verweisen wir. Verweist ihr. Verweisen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verweisen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Abweies Ihr. Nein. Dann gebt ein paar니다.